Hallo zusammen. Der neue Stablecoin von Aave, der Go, ist ja inzwischen auch schon zwei volle Monate auf dem Markt. Er ist gelauncht im Juli 2023. Inzwischen haben wir den September 2023. Und diesem Stablecoin ist es gelungen, direkt von Anfang an seine Dollar-Anbindung zu verlieren. Er ist mal kurz, man sieht es hier am Preisschart, direkt am Anfang auf 1,01 Dollar gestiegen. Okay, das kann mal passieren. Neureiz, direkt beim Launch, hohe Nachfrage. Aber dann ist er quasi abgetaucht unter die 1-Dollar-Marke und seitdem auch nicht wieder hochgekommen. Zurzeit sitzt der Aave Go bei 96,5 Cent. Das heißt also, wer damals den Aave Go beim Launch gekauft hat, sitzt auf einem Verlust von 3,5 Prozent immerhin. Obwohl er gedacht hat, dass er in einen Stablecoin investiert. Und das Ganze ist eigentlich umso erstaunlicher, dass Aave damals, als er vor einem Jahr beschlossen wurde, also als Aave im Governance-Forum beschlossen hat, wir bringen jetzt einen eigenen Stablecoin raus. Ja, da wirkte es so, als wäre Aave quasi wie prädestiniert dafür, einen eigenen Stablecoin rauszubringen. Weil zum Beispiel Projekte wie Liquidity vorgemacht haben, wie man einen Stablecoin erfolgreich betreiben kann, indem man ihn überbesichert mit Einlagen der User. Und genau diese Überbesicherung, das ist ja auch tatsächlich der Mechanismus, der hinter Aave schon seit Anbeginn der Zeiten steht. Und das ist das, was Aave eigentlich richtig gut können sollte. Und damals, ich erinnere mich noch gut im Governance-Forum, war eigentlich ein bisschen so die Reaktion auf diesen Vorschlag so, oh Mann, warum sind wir da nicht eher selber drauf gekommen, mal einen eigenen Stablecoin rauszubringen? Wir haben ja alle Voraussetzungen so. Und jetzt hat man also einen Stablecoin gelauncht und man stellt fest, es ist nicht gelungen, den Stablecoin als einen stabilen Coin bei der 1-Dollar-Marke zu etablieren. Ja, und umso peinlicher finde ich es eigentlich, dass dann nach vier Wochen angesichts dieses Pack-Verlustes des Aave Go, der Gründer von Aave, nämlich Stani Kuletschow, in Twitter rausgekommen und gesagt hat, naja, im aktuellen Modell, im aktuellen Stadium steht jetzt eigentlich gar nicht die Dollar-Bindung unseres Stablecoins im Vordergrund, sondern wir wollen die Marktkapitalisierung vergrößern. Das ist unser primärer Fokus. Und da muss man sich echt mal fragen, also wenn ich einen Stablecoin rausbringe, dann ist doch das eine einzige wirklich wichtige Feature die Dollar-Anbindung. Und alles andere sollte erstmal völlig egal sein. Und wenn das nicht funktioniert, dann werde ich auch keinen Marktanteil erobern. Und das Ganze sieht man auch relativ gut hier am Chart. Denn wenn man sich hier die Marktkapitalisierung anschaut, dann hat es natürlich einen schönen fetten Anstieg am Anfang gegeben, bis so quasi, ich sag mal Mitte August, wo dann die Marktkapitalisierung ziemlich flat bei so um die 22 Millionen Dollar hängen geblieben ist. Und 22 Millionen Dollar ist echt überhaupt gar keine Marktkapitalisierung für irgendeinen Stablecoin. Also alleine der DAI hat irgendwie 5 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung und also Milliarden. Und wir reden hier von 22 Millionen. Das ist gar nichts. Das heißt, das Ziel, das man jetzt angeblich im Vordergrund hatte, nämlich, dass man die Marktkapitalisierung vergrößert, das hat auch nicht geklappt. Und das ist ja auch total klar. Ich meine, wer hat Lust, einen Stablecoin zu benutzen, der nicht stable ist? Wo dann der Gründer auch noch sagte, irgendwie, wir wollen gar keinen stabilen Stablecoin machen. Wir wollen einfach erstmal Marktkapitalisierung herstellen. Also was für eine total peinliche Katastrophe das Ganze eigentlich ist so. Ja, das ist also auf jeden Fall schon mal so mein Rant über den Avis Stablecoin. Und in diesem Video soll es jetzt mal darum gehen, ist das wirklich so eine Riesenkatastrophe oder hat der Avis Stablecoin irgendwie eine Chance, seinen Dollarpack nochmal zu erreichen? Natürlich möchte ich in diesem Video auch, wie ihr es von mir gewohnt seid, ein bisschen auf die Praxis eingehen und mal überlegen, wie kann ich jetzt also dieses D-Pack nutzen? Also entweder, wenn es nach unten geht oder auch, wenn es wieder nach oben geht, auf einen Dollar liegen da irgendwelche Chancen für mich. Darum geht es in diesem Video. Viel Spaß. Und ich möchte in diesem Video jetzt auch gar nicht groß zeigen, wie der Go funktioniert, sondern ich zeige einfach mal, wie man an den Go rankommt und dann wird ein bisschen auch klar, wie der Go eigentlich funktioniert. Ansonsten, wenn ihr mehr Details wollt, es gibt ohne Ende Videos und Informationen über den Stablecoin, müsst ihr einfach mal auf YouTube suchen. Der Go, den kann man also hier minten. Vorher muss man allerdings eine Sicherheit hinterlegen. Das kann man in Form der Assets, die hier in der Liste stehen. Und zwar nur die Assets, die auch einen grünen Pfeil hier in der Liste can be collateral haben. Und wenn man dann also eine Sicherheit hinterlegt hat, und ich habe hier zwei Ether mal als Sicherheit hinterlegt, die sind zurzeit 3.248 Dollar wert, dann kann ich den Go minten. Der kommt dann aus dem Nichts, aber ich habe ja eben eine Sicherheit hinterlegt, die den besichert. Also das heißt, der Go ist nicht durch nichts gedeckt, sondern er ist durch die Sicherheit gesichert, die ich hinterlegt habe. Ich muss allerdings auch 1,51 Prozent Zinsen pro Jahr auf den Go bezahlen. Die Zinsen fallen kontinuierlich an. Das heißt, jede Sekunde wird ein Teil dieser Zinsen auf, also ein entsprechender Teil, der ein Teil der einer Sekunde entspricht, wird dann aufgeschlagen auf mein Darlehen. Das heißt, ich fange mit, sagen wir mal, 2.615 Go an. Und dann kommt jede Sekunde irgendwie so ein Cent oder was weiß ich, wie viel das ist, ein bisschen weniger als ein Cent dazu, sodass mein Darlehen, das ich nehme, meine Schulden nach und nach ein bisschen steigen, aber eben zu 1,51 Prozent. Das kann ich hier machen, indem ich auf Borrow klicke. Dann klicke ich hier zum Beispiel auf Maximum. Ich kann mir maximal 2.615 Go leihen. Die sind dann laut dieser Angabe 2.620 Dollar wert. Aber das ist natürlich ein bisschen geflunkert, weil das würde ja voraussetzen, dass der Go irgendwie 1 zu 1 dem Dollar entspricht. Aber er ist ja 3,5 Prozent weniger. Ja, also jedenfalls, wenn ich diesen Go hier minte, dann zahle ich diese 1,5 Prozent. Hier steht Fixed Rate. Und das ist ein bisschen geflunkert. Das ist nochmal ganz wichtig, weil Fixed Rate heißt einfach, dass diese Rate jetzt nicht irgendwelchen Marktschwankungen unterlegen ist. Aber wenn man hier auf das I drauf geht, dann sieht man das auch. Die Awe Governance kann diese Rate, diesen Zinssatz jederzeit erhöhen. Aktuell ist der Zinssatz extrem niedrig. Denn man sieht hier zum Beispiel, wenn man sich USDC ausleihen würde, würde man 3,54 Prozent bezahlen. Tether 3,89. Der DAI sogar 4,73. Und andere Stablecoins, ähnliches Bild. Also 4,04 für den LUSD. Frax kostet 4 Prozent. Und der Go kostet 1,51 Prozent. Das ist natürlich super günstig. Auch bei anderen Landingplattformen. Und so ist es einfach unerreichbar, absolut konkurrenzlos. Und das ist auch schon so ein bisschen die Ursache für den D-Pack. Denn natürlich ist es super interessant, sich den Go tatsächlich auszuleihen. Aber man kann den Go dann tatsächlich zum Beispiel super easy verwenden, um ihn hier wieder einzulegen. Nur den Go selber kann man hier nicht einlegen. Er wird nicht unterstützt. Stattdessen kann man aber einen anderen Stablecoin einlegen, wie zum Beispiel den DAI, der mir hier 3,51 Prozent Zinsen bringen würde. Es ergibt sich also eine Zinsarbitragegelegenheit hier, die ich nutzen kann. Go ausleihen, 1,51 Prozent Zinsen zahlen. Übrigens bekomme ich für meine Sicherheit schon 2,19 Prozent. Das Ganze kann ich natürlich noch optimieren, indem ich hier also eine Sicherheit zum Beispiel in Form von DAI einlege, würde ich sogar 3,52 Prozent bekommen. Und dann bekomme ich also hier 3,52 Prozent. Zahle 1,51 Prozent, ist schon mal positiv für mich. Dann wandle ich den Go um. Ich verkaufe den Go in zum Beispiel DAI, lege die DAI wieder hier ein und mache damit noch mehr Zinsen. Und das Ganze kann ich beliebig oft lupen, sodass also im Grunde eine konstante Nachfrage nach dem Go besteht. Aber nur auf dieser Plattform hier und gleichzeitig entsteht aber auch auf dem freien Markt ein Verkaufsdruck auf den Go, weil natürlich ich den Go sofort umwandeln muss in einen anderen Stablecoin. Ich halte den also nicht und ich kann den Go eigentlich auch sonst nirgendwo richtig vernünftig einsetzen, denn keine andere Plattform hier unterstützt den Go als Collateral. Das heißt also, es gibt sehr, sehr viel Nachfrage, die sich auf den Markt nicht auswirkt, weil die Nachfrage bedient wird aus dem Nichts durch das Minden. Auf der anderen Seite entsteht aber eben quasi sehr viel Angebot auf dem Markt in Form des Go, der quasi den Preis nach unten drückt und der Preis geht natürlich auch runter, weil dauernd Go verkauft wird. Also und irgendwie hat man bei Aave eben vergessen, eine gewisse, ich sag mal, Utility für den Go hinzuzufügen. Man hat den Go einfach auf den Markt geworfen und mit dem Go kann man nichts machen, außer dieses Looping hier. Und das führt letztendlich dazu, dass der Go-Preis immer weiter sinkt. Und er ist eigentlich nur deshalb so stabil bei 96,5 Cent, weil es inzwischen nach und nach einige konkrete Anwendungsfälle für den Go gibt, die aber nicht ausreichen, um quasi den Preis des Go wieder auf 1 Dollar zu bringen. Und dabei ist definitiv nicht das Problem mit dem Go, dass hier die Sicherheit nicht ausreichen würde, um den Stablecoins zu besichern. Das Problem hat es ja damals gegeben beim UST, als der Terra Luna, also als der Luna gecrashed ist und quasi die Sicherheit nicht mehr ausreichte, um die ganzen Stablecoins zu besichern. Und das ist hier beim Go absolut nicht der Fall, es ist eher im Gegenteil. Wir haben hier einen Besicherungsfaktor von circa 2,5, also aktuell 2,4617. Das heißt, die 23 Millionen, die an Stablecoins gemintet wurden, sind 2,5-fach besichert, ist also 2,5-fach mehr an Wert in Sicherheiten hinterlegt, sodass also selbst wenn der Ether und die anderen Collateral Tokens im Wert fallen würden, dann ist es auf jeden Fall noch eine ganze, ganze Weile weg, bis der Go hier in irgendeiner Form in Gefahr ist. Also das Problem der fehlenden Dollaranbindung kommt hier definitiv nicht von dieser Stelle. Und wenn man sich mal anschaut, wie das hier aussieht, also die Top Borrower, die haben hier, hier gibt es zum Beispiel einer, der 13 Millionen Dollar an Wert hinterlegt, um 6 Millionen Dollar an Stablecoins zu besichern. Also es ist fast doppelt so viel und insgesamt kommt man eben auf 2,4617%. Das hier ist so eine Statistikseite, den Link packe ich unten in die Videobeschreibung. Hier gibt es noch andere Sachen, wie zum Beispiel, hier sieht man quasi aktuelle Marktkapitalisierung, hier sieht man den aktuellen Spotpreis und das Trading-Volumen von 261.000 Dollar, also pro Tag in den letzten 24 Stunden. Das ist jetzt nicht super berauschend, ist aber auch nicht gerade wenig. Und das deutet auch so ein bisschen darauf hin, dass das Problem eher daran liegt, dass der Go schnell abverkauft wird und es wenige Möglichkeiten gibt, eigentlich gar keine Möglichkeiten gibt, quasi den Go wieder zurückzutauschen im Wert von 1 zu 1. Und was das angeht, ist zum Beispiel das Projekt Libra Finance ziemlich weit vorne und zwar gibt es hier diesen Redemption-Mechanismus, das findet man hier bei Libra Finance unter Redeem. Und hier kann also jeder, der einen Stablecoin hat, quasi sich 1 zu 1 einen Dollarwert wieder geben lassen. Also man kann jederzeit seinen Stablecoin zurückgeben, auch wenn man selber nicht gemintet hat. Also wenn ich den irgendwo auf dem Markt gekauft habe, dann kann ich den quasi hier zurückgeben und bekomme dafür 1 Dollar an Gegenwert zurück. Und damit das Ganze funktioniert, gibt es eben hier bei dem Punkt Earn die Möglichkeit, hier in diesen Mint Pool einzuzahlen und man bekommt hier immerhin 40,48% APY und dafür kann man hier diesen Schalter umlegen und hat dann die Möglichkeit, dass quasi die eigene Sicherheit verwendet wird, um anderen Leuten den Umtausch des Stablecoins zu ermöglichen, auch wenn sie selber den Stablecoin gar nicht gemintet haben. Und ein solcher Mechanismus, der fehlt hier bei Aave komplett, den gibt es hier bei Aave gar nicht und das ist tatsächlich ein Riesenproblem, denn es gibt keine Möglichkeit, wenn man den Stablecoin auf dem Markt gekauft hat, den irgendwie zurückzutauschen. Die einzigen, die quasi den Stablecoin zurückgeben können, sind diejenigen, die auch wirklich eine Sicherheit hinterlegt haben und den gemintet haben. Also nur wer Go gemintet hat, kann auch quasi Go wieder zurückgeben und alle anderen müssen den Go verkaufen, wenn sie ihn im Wallet haben, sodass also quasi keine echte Utility in dem Go drin ist, zumindest nicht von Aave selber. Und genau einen solchen Mechanismus möchte man jetzt einführen. Das Ganze nennt sich Go Stability Module und das hier ist die Abstimmung im Aave Governance Forum. Immerhin haben 593.000 Aave Tokens dafür gestimmt und dann gibt es hier auch noch einen, der mit 3,7 Aave Tokens dagegen gestimmt hat. Irgend so einen Scherzkeks gibt es ja irgendwie immer und es sind ja alles Individuen, nur dieser eine hier nicht. Und da dieses Go Stability Module, das hat jetzt den Sinn, dass man quasi seine Go Tokens da einzahlen kann und dann bekommt man immer einen Dollar pro Go Token an Gegenwert, egal wie der Kurs ist. Das heißt also, wenn der Kurs bei 96,5 Cent ist und man zahlt hier in dieses Stability Module ein, dann bekommt man einen Dollar an Gegenwert zurück, zum Beispiel in Form von Ether oder in Form von Aave Tokens oder was auch immer, USDC oder so und man macht damit eben automatisch 3,5 Prozent Gewinn und dadurch entsteht eine Arbitragegelegenheit. Durch die Arbitragegelegenheit ergibt es eigentlich überhaupt keinen Sinn mehr, dass der Go unter einen Dollar tradet, weil immer wenn das der Fall ist, kann man quasi sofort Gewinn von irgendwelchen Prozent mitnehmen. Dadurch sollte der Dollar, die Dollar-Anbindung eigentlich erreicht werden. Außer dieses Stability Module, das hat irgendwann keine Kohle mehr. Also wenn nichts mehr drin ist, dann kann man auch nichts mehr zurücktauschen. Das Ganze muss also ziemlich gut designt werden, es muss ziemlich gut überlegt werden und das Ganze hier ist auf jeden Fall schon mal in Entwicklung. Eine weitere Maßnahme, die jetzt im Aave Governance Forum beschlossen wurde, ist, dass man den Zinssatz von Go erhöht von 1,5 auf 2,5 Prozent. Das Ganze ist noch nicht umgesetzt. Man sieht es hier bei Aave auf der Webseite. Da, wo man den Go mitten kann, ist noch die Rede von 1,51 Prozent. Das wird aber in Kürze auf 2,5 Prozent angepasst. Und das gilt übrigens auch für diejenigen, die bereits Go ausgeliehen haben. Auch die müssen demnächst mehr Zinsen zahlen, 2,5 Prozent. Denn ich sagte es ja eingangs, dass dieses Fixed Rate hier so ein bisschen irreführend ist. Die ist nicht wirklich fest, die Rate. Es ist nur so, dass sie nicht den Marktbedingungen unterlegen ist. Also wenn 1,5 Prozent da steht, dann ist solange das Governance Forum nichts anderes beschließt, eben 1,5 auch gesetzt. Und ab demnächst, nämlich wenn das Ganze umgesetzt ist, sind es 2,5 Prozent. So, 2,5 Prozent, das klingt jetzt erst mal gar nicht so schlimm. Das klingt auch jetzt irgendwie nicht so, als würde irgendwie das großartig was bewirken. Weil wir haben ja immerhin hier USDC immer noch 3,53 Prozent Zinsen zu zahlen, USDT 3,89 Prozent und so weiter. Der Go ist eigentlich immer noch attraktiv genug dadurch, um ihn auszuleihen und dann zu dampen und eben entsprechend dieses Looping hier zu machen. Oder er ist attraktiver als USDC zum Ausleihen. Aber wenn man sich das mal genau durch den Kopf gehen lässt, dann ist das in Wirklichkeit gar nicht so. Weil wir haben ja jetzt im Moment ein D-Pack von 3,5 Prozent. Und das heißt, selbst wenn man also quasi den Go ein Jahr lang halten würde, also das Ganze strecken würde, das Darlehen auf ein Jahr, hätte man durch das D-Pack schon mal 3,5 Prozent Zinsen zu zahlen. Vorausgesetzt, der Go steigt wieder auf einen Dollar. Und gleichzeitig hat man dann eben nochmal 2,5 Prozent feste Zinsrate hier on top. Wäre also insgesamt bei 6 Prozent aufs Jahr gerechnet. Und damit ist man dann, ist das Ganze also wesentlich unattraktiver als andere Stablecoins hier bei Aave auszuleihen. Und 6 Prozent liegt tatsächlich deutlich über dem, was eigentlich draußen auf dem Markt üblich ist. Und wohlgemerkt, das gilt auch nur, wenn man den Go, wenn man also diesen Verlust auf ein Jahr strecken würde, die 3,5 Prozent auf ein Jahr, dann kann man das quasi aufaddieren auf die APY. Aber wenn man den Go kürzer hält, dann wäre der Verlust von 3,5 Prozent natürlich auf eine kürzere Zeit zu rechnen, sodass sich die APY, wenn man das also auf ein Jahr hochrechnet, deutlich erhöhen würde. Es wäre also noch, wenn man den Go ganz kurz hält, wesentlich unattraktiver noch, als wenn man ihn lange halten würde. Es ist also quasi eine Maßnahme, die jetzt genau in diesen Sweetspot reintrifft, also genau diejenigen trifft, die dieses Looping gemacht haben. Es trifft diejenigen, die quasi den Go sofort verkauft haben und setzt sie jetzt unter Druck, den Go möglichst früh wieder einzukaufen. Und das sollte eigentlich zumindest den Preis von Go wieder nach oben treiben. Zumindest ist das die Theorie dahinter und das ist die Idee hinter dem Ganzen. Sodass also es zurzeit mindestens zwei Maßnahmen gibt. Und wenn man in das Governance-Forum von Aave reinschaut, gibt es noch eine ganze Reihe anderer Ideen. Also es sind zwei dicke, fette Maßnahmen, die auf jeden Fall genau dafür ausgelegt sind, dass der Go seine Dollar-Anbindung, dass der Go seine Dollar-Parität wieder zurückgewinnt. Wenn ich jetzt trotz allem davon überzeugt bin, dass all diese Maßnahmen nutzlos sind und dass der Go weiter an Wert verlieren wird, zum Beispiel auf 10 Cent oder so runtergehen wird, dann ist es auf jeden Fall meine Überlegung wert, den Go jetzt zu shorten. Und shorten ist wirklich super easy. Man lässt sich auf das Ganze ein. Man hinterlegt also eine Sicherheit bei Aave. Am besten in Form von einem anderen Stablecoin wie USDC, von dem man überzeugt ist, dass er sehr wertstabil ist, dass er also seine Dollar-Anbindung nicht verlieren wird. Und dann mintet man sich eine möglichst hohe Zahl an Go. Und die Go-Token, die verkauft man dann sofort auf dem Markt für USDC. Dafür kann man zum Beispiel hier ganz gut LamaSwap verwenden. LamaSwap sucht einem den besten Kurs für den Go raus. Ich habe hier mal ein Beispiel gemacht, also 10.000 Go. Angenommen, ich würde jetzt 10.000 Go verkaufen. Dann bekäme ich dafür ungefähr 9.700 USDC. Ich mache damit auf jeden Fall nominal ein bisschen Verlust durch Slippage und ähnliche Dinge. Aber ich habe dann immerhin 9.700 Dollar stabil in meinem Wallet, die unabhängig sind von dem Kurs von Go. Das heißt, wenn der Go dann anfängt zu tanken und auf 10 Cent runtergeht, dann sind ja meine Schulden, die ich bei Aave habe, auch nur noch ein Zehntel wert. Ich brauche also letztendlich nur 1.000 Dollar auszugeben, um meine ganzen 10.000 Go wiederzubekommen. Würde also dann von den 9.700 USDC, die ich habe, einfach 1.000 ausgeben, mir dafür 10.000 Go kaufen. Habe dann immer noch 8.700 USDC in meinem Wallet drin und könnte quasi mein Darlehen bei Aave zurückzahlen und mir dann auch meine Sicherheit ausholen und hätte damit automatisch 8.700 Dollar Gewinn gemacht. Natürlich ist das immer nur dann der Fall, wenn der Go auch wirklich auf 10 Cent fällt. Auf der anderen Seite ist das Risiko relativ begrenzt, denn wenn es gegenteilig läuft und der Go wirklich seine Dollarparität wiedererlangen sollte, dann mache ich halt 3,5% Verlust, weil ich muss ja den Go zurückkaufen, muss dafür dann 10.000 Dollar ausgeben. Ich habe aber nur 9.700 Dollar in meinem Wallet, würde also quasi 300 Dollar verlieren. In diesem Deal ist also eine sehr asymmetrische Wette und eine Wette, die sich auf jeden Fall lohnen könnte. Aber es gibt einen Riesenhaken und der ist, man hängt natürlich in diesem ganzen Deal drin, bis quasi dieses D-Pack wirklich passiert. Und wenn der Go jetzt irgendwie die ganze Zeit bei 97 Cent bleibt, dann hat man natürlich seine Sicherheit da reingelegt und kann damit nichts mehr machen. Man hat also in gewisser Weise eine Riesen-Opportunity-Kost, denn die 10.000 Dollar, die ich da als Sicherheit hinterlegt habe, könnte ich ja auch für ganz andere Sachen verwenden, zum Beispiel um mir 4, 5% Staking-Rewards zu holen irgendwo oder ähnliche Dinge. Und wenn man jetzt gegenteiliger Meinung ist und man glaubt, dass der Go irgendwann demnächst seine Dollarparität wieder erreicht, weil zum Beispiel diese Maßnahmen greifen, dann kann man das Ganze natürlich auch für sich nutzen, indem man zum Beispiel den Go Stablecoin jetzt auf dem freien Markt kauft und den dann später, wenn er zurück auf einen Dollar ist, verkauft. Man würde dann 3,5% Gewinn machen in diesem Deal. Das klingt jetzt erstmal nicht viel, aber immerhin, wenn man das hochrechnen würde auf ein Jahr, also das heißt, man nach vier Wochen erreicht der Go wieder die einen Dollar Marke, dann hat man also in vier Wochen 3,5% Gewinn gemacht. Das auf eine Jahresrendite hochgerechnet wäre dann eben 3 mal 12, weil man ist ja einen Monat in dem Deal drin. 3 mal 12, also hätte man eine theoretische APY von 36%, ist aber nur schön gerechnet, weil die Wahrheit ist, man hat tatsächlich einfach nur 3% Gewinn gemacht, egal in welcher Zeit. Man könnte aber jetzt sagen, wenn man jeden Monat einen solchen Deal findet, dann wäre man tatsächlich bei 36% Jahresrendite aufgrund seiner eigenen Genialität. Und da ist natürlich dann die Frage so, wenn ich jetzt hier den Go auf dem Markt kaufen möchte, wo kaufe ich den denn überhaupt? Und die zweite Frage ist natürlich, was mache ich jetzt, wenn ich den Go schon mal einmal in meinem Wallet habe? Vielleicht gibt es ja irgendeine Gelegenheit, meine Rendite ein bisschen zu steigern. Und dafür bieten sich natürlich diese ganzen Liquidity-Pools an, in denen man den Go traden kann. Vielleicht gibt es ja Pools, die eine schöne APY abwerfen. Und da sieht man also hier tatsächlich einige, also auf dieser Statistik-Seite hier, einige Liquidity-Pools. Der größte Pool ist hier bei Balancer, und zwar der Go USDT-USDC-Pool, in dem man also quasi einzahlen kann. Man sieht hier, dass es hier eine APY zwischen 9 und 22,3% gibt. Das ist dann irgendwie hier auch der Rekord in der APY, zumindest was hier die Anzeige angeht. Es ist vielleicht ganz sinnvoll, bei DeFi-Lama mal nachzuschauen, ob es nicht eine bessere Rate gibt. Ich zeige aber jetzt mal hier am Beispiel von Balancer, dass diese Idee tatsächlich funktionieren kann. Bei Balancer habe ich mir jetzt mal alle Pools anzeigen lassen, die sich mit dem Go Stablecoin beschäftigen. Habe ich hier über diese Filter, über diesen Filtermechanismus gemacht. Und da gibt es tatsächlich auch einen Pool, der hat 10,13% APY. Das ist also der höchste, die höchste APY hier in den Pools. Immerhin 5 Millionen Dollar an Liquidität drin. Und wenn ich mir den Pool mal genauer anschaue, dann sehe ich hier quasi, dass der Pool wirklich auch komplett aus dem Gleichgewicht ist. Es ist super viel Go da drin, relativ wenig im Vergleich an andere Stablecoins. Der Go hat hier immerhin 75, fast 75%, drei Viertel des Pools, besteht also aus dem Go. Und der Rest, 25% um den Dreh, sind andere Stablecoins. Und das erklärt natürlich den niedrigen Preis des Go, weil wenn hier ein Übergewicht von einem Token in einem solchen Pool drin ist, dann ist dieser Token im Vergleich zu den anderen Tokens, die drin sind, eben sehr viel günstiger im Preis. Und das heißt, es ist auch sinnvoll, wenn ich hier in diesem Pool einzahle, gar nicht erst den Go vorher zu kaufen. Ich kriege eh einen schlechten Preis, sondern ich gehe mit dem USDC oder dem USDT in den Pool rein. und ich bekomme ja dann quasi einen Anteil an diesem Pool. Das heißt also, ich bekomme auch Go-Tokens. Und zwar ist meine Einlage dann eben circa 75% in Go und der Rest dann in den anderen beiden Stablecoins, egal was ich einzahle. Es ist für mich aber günstiger, eine der anderen Tokens einzuzahlen. So, und das Ganze, 11% APY, ist gar nicht mal so schlecht, wenn man nochmal die 3% Gewinn draufrechnet. Es lässt sich aber eben tatsächlich noch steigern, weil man quasi sein Yield hier nochmal optimieren kann über Aura. Immer wenn ich bei Balancer eine Einlage plane, dann lohnt es sich auch mal bei Aura Finance vorbeizuschauen, weil Aura quasi meine Einlage bei Balancer optimieren kann. Das heißt, ich würde meine Einlage hier bei Aura machen. Die würden im Hintergrund die Einlage bei Balancer für mich übernehmen. Das Ganze dann entsprechend boosten, APA-mäßig. Und hier wird jetzt gerade für den entsprechenden Pool 9,88% APA angezeigt. Das ist eigentlich weniger als bei Balancer. Und das liegt daran, dass hier die Anzeige ein bisschen hinterher hinkt. Es wird ja behauptet, dass jetzt bald, also projected 17,68%, also das heißt, bald steigt die APA auf 17,68%. Das ist auch mit Vorsicht zu genießen. Es ist irgend so ein Algorithmus, der das ausrechnet. Und realistisch, nach meiner Erfahrung, sind bei Stablecoin Pools vielleicht zwei bis drei Prozentpunkte an Boost. Das heißt, man wäre dann so bei 12, 13% realistischerweise, die man hier auf seine Einlage bekommt. Und das ja auch nur für die Zeit, die ich darauf warte, dass der Go seine Dollarparität wiedergewinnt. Also für vier Wochen oder für sechs Wochen oder wie viel ich dann eben brauche, bis das Ganze ansteigt. Aber immerhin ist mein Kapital nicht nutzlos irgendwo und wartet darauf, dass das passiert, sondern ich bekomme immerhin 10% Zinsen darauf. Ein bisschen der Nachteil ist, dass ich ja nicht mehr ganz dem Go ausgesetzt bin. Das heißt, wenn die Parität erreicht ist, dann habe ich ungefähr 50% Stablecoins und USDC, USDT und 50% Go. Das heißt, mein Gewinn, wenn ich das Ganze auflöse, liegt dann nur noch bei 1,5 oder 1,75% statt der 3,5%, die ich quasi gewinnen würde, wenn ich die Go einfach nur in meinem Wallet habe. Das heißt, man muss das ein bisschen ausrechnen. Man muss sich überlegen, wie lange braucht das Ganze. Wenn das Ganze lange dauert, ist diese Variante hier mit Aura Finance besser. Wenn das Ganze sehr kurz geht, ist es auf jeden Fall schlauer, hier quasi den Go einfach nur in seinem Wallet zu halten. Ist in gewisser Weise eine Wette. Muss sich jeder selber überlegen, wie er das Ganze strukturieren möchte. Eigentlich gibt es ja schon genug überbesicherte Stablecoins da draußen auf dem Markt. Vor allem ist da Libra Finance zu nennen und Curve USD zwei relativ neue Vertreter. Der DAI ist ja ein sehr altes Projekt und Liquity gibt es auch immerhin schon seit zwei Jahren. Es sind nur einige. Es gibt noch viel mehr da draußen. Libra Finance bietet einem zum Beispiel die Möglichkeit, einen Stablecoin zu minden, für den man dann 7% Jahresrendite bekommt, wenn man den einfach nur in seinem Wallet behält. Und Curve USD bietet einem die Möglichkeit, eine höhere Quote an Stablecoins zu minden, bei ungefähr gleichem Risiko wie bei Aave durch diesen super neuen, innovativen Liquidierungsansatz, den sie haben, sodass also der Aave Stablecoin Go hier eher so eine altbackene Angelegenheit ist. Der bietet eigentlich überhaupt keine Neuerungen, keine Innovationen, die ihn irgendwie abgrenzen würden vom restlichen Markt. Vielleicht mal abgesehen von dem niedrigen Zinssatz. Und den muss man ja nun bald erhöhen, damit man überhaupt die Dollarparität wiederfindet. Oder man findet noch irgendeinen anderen Dreh, der stattdessen hilft, kann den Zinssatz dann unten halten. Aber ich rechne damit, dass wenn der Zinssatz jetzt bald wieder hochgeht, dass dann auch die Nachfrage nach dem Go nochmal runtergehen wird, sodass ich eigentlich für den Go eigentlich zurzeit gar keinen Platz auf dem Markt sehe. Wobei natürlich es sein kann, dass bei Aave nochmal eine neue Idee aufkommt, die den Go dann anders auf dem Markt platzieren wird. Aber darüber kann man ja jetzt nicht sprechen, weil es das einfach noch nicht gibt. So, ich werde auf jeden Fall nicht den Go shorten, denn ich glaube, dass der Go es schaffen wird, die Dollarparität wiederzuerlangen. Durch das Stability-Modul in erster Linie, das kommen wird, aber auch durch die Zinserhöhung. Es ist super unwahrscheinlich, dass der Aave Stablecoin quasi auf 10 Cent runtergehen wird. Durch diese massive Überbesicherung, die wir gerade haben. Ich glaube, dass also dieser Pack-Verlust hier nur vorübergehend ist. Ich würde also nicht den Go shorten. Und die andere Variante, nämlich den Go long zu gehen, also das heißt hier quasi jetzt mir die 3,5% Gewinn zu holen, diese Wette ist mir dann doch zu unsymmetrisch, weil was kann ich gewinnen? 3,5%, vielleicht nochmal diese 10% APY, wenn ich den Go irgendwo einlege. Das ist aber vergleichsweise wenig im Vergleich zu dem, was ich tatsächlich verlieren kann. Wenn der Go jetzt doch abschmieren würde, also eine unsymmetrische Wette, die sehr zu meinen Ungünsten verläuft, ungefähr so, wie wenn ich im Casino auf eine Zahl setzen würde und dann eben eine super, super schlechte Gewinnchance habe. Aber beim Casino würde ich wenigstens eine sehr große Menge an Geld gewinnen, wenn es denn klappt. Und bei dieser Wette bekomme ich eigentlich eine relativ müde Rendite raus für ein sehr, sehr hohes Risiko. Ich würde also beides nicht machen. Ich werde mir das Ganze einfach in Ruhe anschauen und eventuell mal früher oder später reinschauen und überlegen, ob es sich lohnt, den Go irgendwie zu minden, um damit irgendetwas Spannendes machen zu können, das es aber jetzt noch nicht gibt. So, wenn ihr Fragen zu dem ganzen Thema habt, schreibt die unten in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich drauf, wenn ihr mein nächstes Video schaut. Bis dahin, alles Gute. Tschüss. Ses ausprobiertetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet